Wie wäre es, unser gewohntes Leben umzukrempeln, Lebensmittel ressourcenschonend zu erzeugen, fossile Energieträger nachhaltig zu ersetzen oder neuartige biobasierte Stoffe zu erfinden? Das sind keine Gedankenspiele. Uns ist schon lange klar, wenn wir die Erde für uns Menschen retten wollen, müssen wir uns umstellen. Und zwar hier und jetzt. Wir müssen nachhaltig und ressourcenschonend wirtschaften. Und das geht beispielsweise, indem wir biobasiert ansetzen. Die Bioökonomie hilft uns, die Welt von morgen nachhaltig zu gestalten. Bereits heute arbeiten viele Forscherinnen und Forscher intensiv daran, diese Vision umzusetzen. Damit das möglich ist, wird bioökonomische Forschung gezielt unterstützt und gefördert. Und das kann Bioökonomie. Forschende sind dabei, klimarobuste Arten für eine nachhaltige Landwirtschaft zu erzeugen, innovative, kreislauforientierte Agrarsysteme zu errichten, neue Proteinquellen aus Pflanzen und Insekten zu erschließen, Fleisch und Fisch in Zellkulturen zu züchten, klimaschädliches CO2 oder organische Reststoffe in wertvolle Chemikalien umzuwandeln, Mikroorganismen so umzubauen, dass sie Wasserstoff als Energieträger produzieren und noch vieles mehr. Wir stehen vor großen Herausforderungen, Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Artensterben. Dafür brauchen wir eine umfassende Transformation, die Chancen birgt. Für ein nachhaltiges Wachstum und künftige Arbeitsplätze. Dafür benötigen wir neues Wissen und innovative Technologien, um die Potenziale einer biobasierten Wirtschaft noch besser zu erschließen. Das kann Bioökonomie. Die Bioökonomie hilft unser Wirtschaften klimaneutral im Kreislauf auszurichten und zugleich die Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen zu erhalten. All das dank konkreter Lösungen, die Forscherinnen und Forscher entdeckt, erfunden und entwickelt haben. Mit Forschung die Welt von morgen, von heute gestalten. Das ist Bioökonomie. 4 Junge 4 Junge 4 Junge 5 Junge 5 Junge Untertitelung des ZDF, 2020